Hallo, guten Morgen. Jetzt haben wir es geschafft. Es ist Weihnachten. Der heilige Abend ist da. Ich wollte euch fröhliche Weihnachten wünschen, eine gute Zeit, viel Spaß mit meinem lieben Besuch und vor allem mit eurer Family und lasst euch gut gehen und lasst euch reich beschenken und gut bekoren und feiert schön und in diesem Sinne bis demnächst. Hohoho. Also macht's gut und wie gesagt. Gute Zeit, bis dahin, gell? Ciao.